hallo und herzlich willkommen zu einem neuen tas motor sensors tutorial auf meinem kanal eddies smart hope im heutigen video möchte ich euch einen alten bekannten vorstellen und zwar diesen temperaturfühler hier um genau zu sein der ds 18 b20 den hatte ich ja schon vor ungefähr einem jahr schon mal vorgestellt damals hatte ich gezeigt wie ihr das ganze mit espi sie betreiben können und im heutigen video möchte ich euch das ganze noch mal zeigen aber diesmal mit tas motor ein paar rules möchte ich anwenden euch noch mal die rules zu gemüte tragen und euch wir zeigen wie ihr einen temperatursensor mit rules auswerten könnt um das ganze dann zum beispiel mit solchen leds darzustellen das heißt wenn es zum beispiel wärmer ist wie 30 grad oder ähnliches dann geht die rote led an und wenn es kälter ist wie ich glaube 29 grad hatte ich eingestellt dann geht die blaue led an und jetzt aktuell wie ihr seht ist es ein bisschen kälter wie 30 grad sollte aber denke ich mal bald um springen und in diesem video möchte ich euch wie gesagt noch einmal zeigen wie ihr diesen sensor hier anschließen könnt wie ihr mit tas motor betreiben könnt was ihr alles einstellen müsst damit das ganze funktioniert blockley gibt es im heutigen video keins denn ich denke mal ihr werdet schon wissen wie ihr einen solchen sensor in iobroker verwenden könnt und was ihr damit dort tun könnt so also falls euch das thema interessieren sollte dann bleibt dran nach einem kurzen intro geht's los und denkt dran falls euch das video gefallen oder geholfen haben sollte würde ich mich über einen daumen hoch und ein abo und ein kommentar und ein glocke aktivieren sehr freund in diesem sinne viel spaß mit dem video bis gleich schön dass sie dran geblieben seid ja wie man sieht ist die led jetzt umgesprungen das heißt es ist wärmer wie 30 grad oder wärmer als 30 grad und jetzt sollte bald wieder die blaue led mehr leuchten und die rote ausgehen wie gesagt das ganze läuft jetzt aktuell mit rules das heißt es muss nichts im iobroker konfiguriert werden oder eingestellt werden oder sonst irgendwie irgendetwas sondern einfach nur einen kleinen code in die konsole eintippen und dann funktioniert das ganze also falls ihr euch für rules generell interessiert ich habe schon mal ein video zu dem thema rules und displays gemacht da kommen auch noch ein paar andere beispiele drin vor ich verlinke euch das video hier oben schaut es euch an falls euch das thema generell interessiert und falls ihr mit tas motor noch nichts zu tun gehabt haben solltet das heißt ihr ja das motor neulinge seit ich habe auch zum thema das motor schon mal ein grundlagen video gemacht dort erkläre ich so ein bisschen dass das motor und den esp 8266 falls ihr wie gesagt daran interesse habt guckt nach oben in die oder nach unten in die video beschreibung dort verlinke ich euch das video zu dem thema ok dann würde ich sagen legen wir los und schließen zuerst mal den sensor an was benötigt ihr damit ihr den sensor verwenden könnt nun ja zum einen benötigt ihr einen esp 8266 d1 mini also mindestens ja falls sie was anders verwenden wollte geht es auch dann vielleicht ein paar leds widerstände braucht ihr mindestens zwei einmal ein 4,7 kilo ohm widerstand und einmal ein 220 ohm widerstand und vielleicht zum testen probieren noch mal ein paar jumper kabel damit ihr das ganze halt zuerst mal auf einem solchen breadboard installieren könnt testen könnt bevor ihr das dann weiterverwendet falls ihr das ganze mit einem solchen display betreiben wollt wie gesagt dazu hatte ich ja auch schon ein video dort zeige ich auch wie man ein display mit temperatursensoren miteinander verbindet und das ganze per rules dann zum beispiel steuert oder im iobroker achtung da gibt es eine kleine besonderheit denn ihr müsst eure firmware dann selber kompilieren denn displays und temperatursensoren befinden sich normalerweise nicht in ein und derselben firmware von tasmota und deswegen muss die firma ein bisschen angepasst werden aber dazu gab es wie gesagt auch schon ein video könnt ihr euch gerne angucken ich verlinke euch auch das unten in der video beschreibung okay also um loszulegen hole ich zuerst mal das teil hier vor mich auf den tisch und dann gucken wir uns das zu gemeinsam an so dann schauen wir uns das ganze mal kurz an also wir haben hier den esp ganz normal angeschlossen wir haben hier die spannungsversorgung also plus und minus hierhin gelegt dann die temperatursensoren werden einfach angeschlossen plus auf plus minus auf minus und der gelbe oder die gelbe ader hier dieses gelbe jumper kabel wenn ihr zwei sensoren verwendet dann schließt ihr die einfach zusammen an und setzt einen widerstand zwischen dem gelben kabel und dem plus also verbindet einfach das gelbe kabel mit dem widerstand und der widerstand wird dann gleichzeitig hier mit der mit dem plus verbunden und dann funktioniert das ganze im endeffekt auch schon hier den ja die gpios ich habe den temperatursensor hier auf d6 geklemmt und dann auf d7 und d8 habe ich hier die zwei leds angebunden das heißt auf d8 das ist das grüne kabel auf d8 sitzt hier diese rote led und auf d7 ist das kabel hier das lilane kabel und dort sitzt dann die blaue led und das bedeutet einfach wenn hier der temperatursensor der oder der ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher größer 30 grad ist also wenn der wert größer 30 grad ist mal gucken ob ich den richtigen habe ja dann wird per rule halt gesagt dass er umspringen soll von der blauen led auf die rote led so wie das ganze hier angeschlossen wird also das sketch dazu blende ich euch auch noch mal ein das heißt ihr müsst jetzt hier nicht rauslesen wie wo was angeschlossen wird aber im endeffekt wie gesagt ist relativ einfach die zwei gelben kabel miteinander verbinden einen widerstand dran machen und den widerstand mit dem plus verbinden und das gelbe kabel muss auch noch an den esp auf den richtigen port und dann funktioniert im endeffekt alles und das war es dann schon okay dann würde ich sagen gucken wir uns jetzt mal an wie wir das motor auf den esp kopieren oder drauf flächen und was wir anstellen müssen damit das ganze funktioniert okay um loslegen zu können benötigt ihr zum einen hier tasmotizer zumindest verwende ich den zum flashen der firmware und ihr müsst euch von der tasmota seite auch noch die tasmota bin runterladen in meinem fall ich habe die tasmota de firmware runtergeladen denn es wird einfach nur die standard firmware benötigt es wird nichts besonderes benötigt okay der esp ist mit dem computer verbunden wir starten tasmota und gucken dass hier der richtige port ausgewählt ist gehen hier auf oben suchen unsere firmware aus wie gesagt ich habe mich für die tasmota de firmware entschieden bestätige das ganze achtet darauf dass hier erase before flashing steht und dann macht ihr einen klick auf tasmota ist jetzt müssen wir einen augenblick warten bis die firmware geflasht wurde das dauert jetzt ein paar sekunden und danach geht es gleich weiter so wunderbar der flash vorgang ist abgeschlossen als nächstes nehmen wir schon mal ein paar konfigurationen vor indem wir hier auf send konflikt drücken zum einen können wir hier gleich unser wlan und unser passwort eintragen dann falls ihr möchtet könnt ihr hier schon das modul und das dazugehörige template auswählen in meinem fall nehme hier einfach ein modul generic 18 aktiviere hier den mqt die daten trage ich hier ein aktiviere das ganze und dann sage ich hier safe jetzt werden die daten auf den esp übertragen das dauert jetzt ein paar sekunden bis das abgeschlossen ist und dann lassen wir uns die ip adresse anzeigen die das gerät zugewiesen bekommen hat indem wir hier einfach auf get ip klicken das dauert wie gesagt einen kurzen augenblick deswegen wartet so das ist meine ip-adresse also öffnen wir den web browser mit der entsprechenden ip und nehmen die ersten konfigurationen in tasmota vor damit die sensoren erkannt werden zum einen gehen wir auf einstellungen auf geräte konfigurieren und sagen tasmota auf welchem gpio der sensor angeschlossen ist es spielt keine rolle ob wir einen zwei oder drei sensoren angeschlossen habt ich weiß nicht was die maximale anzahl ist aber ihr könnt die sensoren also die sensoren komplett an einen gpio anschließen ihr müsst sie nicht getrennt auf verschiedene gpios legen so in meinem fall befindet sich der temperatursensor auf gpio 12 beziehungsweise d6 und dort wähle ich einfach hier in der liste ds 18 x 20 aus das ist unser sensor hier drücke auf speichern warte einen kurzen augenblick bis das gerät einmal neu gestartet ist und dann sollten die temperatursensoren hier auftauchen ihr seht wir mussten nichts machen damit das ganze funktioniert so das war es im endeffekt schon mit den temperatursensoren jetzt geht es weiter zum einen möchte ich euch noch ein paar kleinigkeiten zeigen was sie hier noch einstellen könnt unter dann möchte ich euch im anschluss noch mal die rules zeigen wie das ganze mit den sensoren beziehungsweise mit den leds funktioniert dass sie sich ein und ausschalten je nachdem wie die temperatur ist aber zuerst gucken wir noch mal in den einstellungen denn ich möchte euch noch mal folgendes zeigen da immer wieder danach gefragt wurde und zwar wie kann man hier diesen namen ändern und wie kann man vor allem dieses generik 18 hier oben ändern zuerst mal ändern wir den namen hier von tas motor dazu gehen wir auf sonstige konfigurationen und können dann hier bei device name unseren namen eintragen das heißt in meinem fall kann ich jetzt hier einfach mal eintragen temperatursensoren bestätige das ganze und dann sollte hier jetzt gleich temperatursensor drinstehen so wunderbar das steht drin als nächstes ja können wir das hier mal kann ich euch mal zeigen wie ihr das ändern könnt auch hier wieder in die einstellungen gehen dann geht ihr hier auf vorlage konfigurieren und sagt dann hier bei gpio 12 dort hängt ja unser sensor dort sagen wir jetzt einfach ds 18 b20 und ganz wichtig wir müssen jetzt hier unseren namen eintragen ich sage jetzt hier einfach mal ds 18 b20 und dann sollte das generic verschwinden hier oben und sollte der name drinstehen oder fast müssen noch eine kleine einstellung machen und zwar müssen wir wieder auf die einstellungen gehen gehen auf sonstige konfiguration und dann sieht man hier schon bei der vorlage hat sich was geändert hier steht drin das ist unser sensor also dieser ds 18 b20 müssen hier das ganze noch aktivieren und dann nach einem neustart wird dieses generic ersetzt durch die in der vorlage durch den in der vorlage konfigurierten namen so ihr seht das funktioniert nachteil von der ganzen geschichte ist ihr könnt natürlich jetzt nicht mehr einfach hier hingehen und irgendetwas konfigurieren denn hier hat sich im endeffekt ein bisschen was verändert und alle änderungen die ihr machen wollt das heißt falls sie irgendwelche sensoren hier mit anschließen wollt dann könnt ihr das nicht mehr hier machen zumindest mache ich das nicht hier ich habe es jetzt noch gar nicht getestet ob es funktioniert aber normalerweise macht man das hier bei der vorlage konfiguriert man direkt dort das heißt wir müssen ja noch unsere rote und blaue led anschließen die rote led sitzt bei mir auf gpio 15 dort kommt jetzt ein relais hin denn dass die led wird als relais angesteuert und dann haben wir noch die blaue led und die blaue led kommt auf gpio dass mich mal kurz lunzen auf gpio 13 und dort sagen wir auch hier ganz wichtig wir müssen zum einen dass sie relais 1 und das hier relais 2 nennen so und als nächstes müssen wir auf speichern klicken damit das ganze übernommen wird und dann sollten unsere relais auch in der web ui angezeigt werden so da werden sie angezeigt so wir testen das ganze mal also und auf die das erste die erste led ist die blaue und die zweite sollte die rote sein wunderbar das funktioniert gucken wir uns das ganze auch noch mal in der konsole an also das erste war power 1 und das zweite war power 2 diese information benötigen wir gleich um die rule zu erstellen die rule ist im endeffekt relativ einfach ich blende sie euch hier nochmal ein ansonsten ich kopiere sie mir jetzt hier einfach rein das heißt rules werden ja einfach hier angegeben und was macht die rule im endeffekt relativ einfach wir fragen hier unseren temperatursensor ab nun hier fragen wir den einser ab weil wir haben ja zwei und sagen wenn die temperatur kleiner 29 grad ist dann soll er power 1 also unser relais 1 oder die led 1 solle einschalten und power 2 soll er ausschalten das machen wir mit der null hier und dann sagen wir wenn der temperatursensor den wert größer 30 grad ist dann sollen wir power 1 auf null schalten und power 2 schalten wir auf eins so das ganze übertragen wir und aktivieren noch die ruhe denn wie ihr seht steht hier ruhe gleich auf und das aktivieren machen wir mit rule 1 so und wie ihr seht die blaue led ist an weil es jetzt gerade ja 20 grad sind jetzt überprüfen wir das ganze mal ich erwärme mal den temperatursensor dauert jetzt ein bisschen bis der steigt für euch ja ich schneide es jetzt einfach raus bis sich der wert ändert so gleich sollte sich der wert ändern 29,6 und wir hatten ja eingetragen dass er sich bei 30 grad soll das vom roten von der roten led auf die oder von der blauen led auf die rote led um springt so wunderbar erst gemacht das heißt die temperatur ist über 30 grad und die rote led ist angegangen jetzt kühlt das ganze wieder ein bisschen ab und dann sollte wieder die blaue led angehen das heißt wenn die temperatur unter 29 grad gefallen ist dann geht wieder die blaue led an so jetzt müsste sie angehen genau ist angegangen und hier auch umgesprungen sieht man die release und in der konsole kann man jetzt auch sehen dass sich hier die ruhe oder dass die ruhe getriggert wurde falls ihr das nicht seht dann stimmt irgendetwas mit eurer ruhe nicht dann wurde sie nicht richtig angenommen aber zum testen ich ja ich verlinke euch die ruhe in der video beschreibung falls ihr das nachstellen wollt genauso wie die artikel die ich verwendet habe die verlinke ich euch auch in der video beschreibung und das war's dann für heute ich hoffe das video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können falls euch das video gefallen haben sollte würde ich mich über einen daumen hoch ein abo und nicht vergessen die kleine glocke zu aktivieren damit ihr benachrichtigt werdet sobald das nächste video online ist denn das hier ist nur die vorstufe von einem etwas größeren projekt oder aus einem zwei dreiteiligen projekt ich weiß noch nicht genau und im zweiten teil von diesem projekt geht es weiter mit einem anderen sensor und die zwei arbeiten dann zusammen und übernehmen eine sinnvolle aufgabe also falls euch das thema interessiert oder falls ich eure neugierde wecken konnte dann wie gesagt glocke aktivieren abo klicken like da lassen kommentar da lassen bis zum nächsten mal macht's gut und viel spaß mit eurem temperaturfühler ds 18 b 20 ich habe das nicht mehr so geschehen wie gesagt die die Vielen Dank.